Was ist denn bei euch so besonders? Wir haben für uns die Zielgruppe absoluten Fokus gesetzt, dass wir eben halt viel auf Plattformen, Beratung und neben der Beratung eben auch für die Zielgruppe Inspiration bieten wollen. Was ist denn eure Zielgruppe? Das ist große Größen, wir sind Plus Size Anbieter, also Marke, verstehen uns als Marke, entwickeln uns auch immer weiter dahin und gerade das Thema Qualität ist bei uns im Fokus, sodass wir eben halt genau für die Zielgruppe genau das Richtige eben halt an den Markt bringen können. Ihr habt ja da als euer Gesicht die Sarina Nowak mit reingeholt. Wie ist denn das zustande gekommen? Ja, Sarina Nowak ist natürlich für uns mega interessant. 2009 war sie in der Staffel von Germany's Next Topmodel und hat dann eben halt die Karriere von Slim Model zu Plus Size Model eingeschlagen und die Story ist natürlich für uns, aber ich glaube für Plus Size allgemein mega interessant und natürlich dann auch entsprechend medienwirksam. Gibt es da was Neues diese Saison? Ja, also wir haben jetzt ganz, relativ neu ist bei uns das Denim-Programm, wo wir eben halt auch sehr, sehr Power-Stretch nennen wir das, wo die Kundin eben halt auch sehr beweglich ist, dass eben bei, letztendlich können wir Yoga in unseren Zinsen machen, ist top angekommen und das promoten wir mal weiter und entwickeln wir auch weiter mit neuen Qualitäten. Musik 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 Musik